Die anderen haben gesagt, es ist immer relativ viel los da dort. Ja, es ist ein super Rennen. Ich mag den Zauberberg sehr gern. Ich habe da schon zweimal gewonnen. Die Zuschauer sind super drauf. Ja, Österreich-Rennen sind sowieso immer super, weil es einfach eine super Stimmung ist, viele Zuschauer. Es sind einfach schöne Rennen da zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, Semmering ist immer ein schönes Rennen, weil viele Zuschauer da sind. Das Publikum ist immer fair und freut sich mit allen Athleten. Und ich freue mich sehr auf die Rennen. Ich hoffe, es läuft gut für uns. Ich freue mich jetzt hier auf das Rennen eigentlich. Wie eigentlich überall in Österreich. Viele Zuschauer, super Stimmung und meistens so super Pisten. Vor allem vor heimischem Publikum endlich zu fahren ist natürlich ganz was Tolles. Also das ist einfach eine Atmosphäre, wie wir sie nicht oft haben. Und das genieße ich sehr.